level 4 aber und was ist hier los okay ihr macht ihr macht einfach nix macht einfach wirklich nix kann mit sollen mit ihr hinlaufen da du gehst dahin einfach weil ich sonst nicht weiß wohin damit laufen mit euch mal hierher warum bist du so doof da hier hier ja bleibt da mal stehen und katze keine ahnung noch mal da rein und was machen die anderen hier so du gehst da rein bleibst da stehen da die katze gehen ach du du doch net katze wollte dahin haben kann ich jetzt mit katze mal schreien ja bringt es was nein dann halt hat sie hierhin und schreien und hier rein da im moment wo kannst du hier rein siehst mich nicht siehst mich auch nicht du siehst mich hast du hier vorbei und du dahin dann bist du da drinnen kannst daher der katz in sicherheit bringe die ihr schaut euch hier jetzt an das ist ihr schlicht ich hätte gern dass du da unten drin bleibst moment macht der katz immer mal raus bleibt hier stehen ok hat sie hier raus hat sie hier raus schreien und dahinter ok jetzt bist du dauerhaft eingesperrt das ist besser ja du kannst aber in der zwischenzeit hier schon mal da drauf drücken sich da verstecken und ab jetzt kannst du hier rauslaufen katze bleibt mich erst den kann auch ab jetzt hier rauslaufen da rein da rein und da rein Untertitelung des ZDF, 2020 So, Kapitel 6. Kapitel 4, Welt 6. Es ist hier einiges aufzusammeln. Und ich habe mir das jetzt gerade schon angeschaut und habe mal ein bisschen überlegt, wie man das macht und so. Aber eine halbe Stunde braucht, obwohl das kein Blindplay ist. Nur mal so am Rande. Aber jetzt habe ich den Plan wieder. Ungefähr halbe Stunde. Und zwar, das erste ist tatsächlich einfach nur auf Zeit. Nur, dann gehen wir mit ihr erstmal hier hin. Davor spulen. Und reparieren wir die Brücke. Und dann gehen wir da rein. Dann spulen wir zurück. Mit der Katze. Sitzen wir da und warten wir, bis der sich in nichts auflöst. So, vorspulen, vorspulen, vorspulen. Und weg ist er. Dann sitzen wir mit der Katze einfach da drauf und das war's. Gut, zweiter Abschnitt ist nicht ganz so easy. Wir brauchen mal jetzt irgendwie dieses Teil da. Und, ich habe schon wieder vergessen, wie ich mir das gerade überlegt gehabt habe. Dieses Teil, der muss einfach weg. Genau, was mich noch stört, ist, ist er hier. Ich mache mit ihr erstmal hier auf. Genau. Dann machen wir mal auf. Zurück. Mit der Katze. Hier her. Ja, hier her. Hier her, hier, 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 hier her. Katze hier, hier. Aber, bis sie das eingegeben hat. Und mit ihr gehe dann, nachdem sie mit eingeben, fertig ist. Hier her. Funktioniert. So, ungefähr hier. Ich muss mit der Katze miauen. Und mich verstecken. Ja. Na, so funktioniert das. Mit der Katze laufe ich jetzt aber. So. Ja, mach mal. Na, hier hin. Und während die Katze läuft, repariere ich mit ihr diese Brücke. Und stelle mir da hin. Und stelle mir da hin. Sobald Katze da. Ich muss Katze miauen. Und ein bisschen zurücklaufen. Bloß ein bisschen. Und mit ihr laufe ich jetzt da ganz schnell hin. Katze ist zu weit zurücklaufen. Katze bleibt hier stehen. Und es geht sich aus. Ganz knapp, aber es geht sich aus. Und jetzt haben wir Mit der Katze hier hinter. Selben Zeit holst du dieses Teil. Läufst hier hin. Wenn du hier ungefähr bist. Kann die Katze miauen. Hierher. Hierher. Und hierher. Ja, zurück, zurück, zurück. Ja. Dann läufst du hierher. Reparierst die Brücke. Läuft hierher. Machst den kaputt. Katze läuft hier rein. Katze läuft direkt hier hin. Mir lauft mal hier hin. Und dann haben wir es. Sehr knapp. Hierher. Oh. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das war Kapitel 4. Das könnte man... Könnte man davor ausgehen, das war es jetzt gewesen, ne? Ja, das war Kapitel 4. Das war Kapitel 4. Das war Kapitel 4. Das war Kapitel 4.